Der beste Offroader plus das dazugehörige Setup gleich nach dem Intro. Leute, 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 ein Offroader zu bauen ist nicht gerade einfach. Beim Bau müssen wir drei Sachen beachten. Erstens, die Strecke Himmelsbahn wird zwar als Offroaderstrecke abgestempelt, ich meine die hier oben. Eure Gegner, zumindest im Solo-Betrieb, sind auch alles Offroader, aber es wäre schwachsinnig, wenn man da mit einem Offroader unterwegs wäre. Dadurch, dass ihr auf dem Gleis unterwegs seid, könnt ihr da selbst mit einem Königsex fahren und seid damit besser bedient als mit einem Offroader. By the way, ist es auch eine gute Fahrmethode, wenn es um Geld geht. Das zweite wäre, hier in Palm City sind es mehr Offroad-Strecken statt Querfeldeinrennen, was mich zum Entschluss bringt, dass Pickups oder SUVs eher im Nachteil wären. Da diese zwei in der Endgeschwindigkeit auf dem Gelände top sind, aber in der Beschleunigung doch den kürzeren ziehen. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Die Endgeschwindigkeit, wie schon in Punkt 2 beschrieben, ist nicht wirklich von Belang. Bis auf die Strecke Himmelsbahn werdet ihr selten schneller als 250 fahren. Was zu guter Letzt bedeutet, dass wir nicht auf Top Speed gucken müssen, sondern auf Wendigkeit und Beschleunigung auf dem Gelände. Das A und O eines richtigen Offroaders. Tja, und das bringt mich zu diesem Fahrzeug hier. Ford Focus RS Bauer 2016. Ein kleiner, flinker Wagen, der sich im Offroad-Betrieb sehr wohl fühlt. Außer der Fahrer ist kein Block. Das ist aber eine andere Geschichte. Eine coole Geschichte, aber eine andere. Der Preis ist doch sehr günstig im Vergleich zu einem X6. Denn dieser Focus kostet schlappe 56.000 Geld. Das hört sich so blöd an. Ich nenne es einfach Dollar. Dazu kommt, dass der Kleine gar nicht mal so schlecht aussieht. Die Tuning-Bewertung ist bei 5 von möglichen 10 Punkten. Was ganz genau bedeutet, dass man ihn optisch zwar verändern kann, ein paar Sachen auf jeden Fall, aber nicht alle Teile sind vorhanden fürs optische Tuning. Doch die Optik ist uns erstmal relativ. Leistung ist erstmal wichtiger. Das erste an meinem Setup, was wir jetzt verändern werden, ist direkt beim Live-Tuner in der Open World. Die Lenkempfindlichkeit auf Hoch setzen. Mit dem Controller öffnest du diesen mit deinem Steuerklatsch, indem du zweimal auf den rechten Button klickst. Und schließend tust du das, indem du zweimal auf den linken Button klickst. Sachen einstellen und verstellen kannst du mit dem rechten Analogstick. Auf dem PC ist es zweimal NAM6 und mit zweimal NAM4 schließt du das Ganze wieder. Dort kannst du die Sachen mit deinen Richtungstasten verstellen, falls du dich das jemals gefragt hast. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir jetzt in die Garage, wo wir als erstes den Modo tauschen werden. Verbauen tun wir dann den 4 Liter V8 mit 577 PS für stolze 271.500 Dollar. Es ist der letzte, der zur Auswahl steht. Ich habe diese gewählt, der trotz schlechteren Parts im Vergleich zu den anderen Austauschmotoren das meiste Drehmoment bietet. Und da wir auf Beschleunigung gehen, ist das das A und O bei der Motorenauswahl. Wenn ihr jetzt den Modo gekauft habt, bauen wir in diesen alles auf Ultimativ Plus ein. Habt ihr keinen Ultimativ Plus, dann baut das Stärkste, was ihr zu bieten habt, ein. Aber vergesst es nicht, umso mehr Power das Teil hat, umso besser geht er auch. Das wäre erstmal der Modo. Und ja, der hört sich wie ein Diesel im Leerlauf an. Ist es aber nicht. Wobei das echt cool wäre, mal so einen Diesel hier zu haben, der so richtig hier Ruß abgibt. Kommen wir jetzt zum Chassis. Beim Chassis habe ich jetzt echt eine Zeit lang rumgespielt. Die Strecken selbst verzeihen dir hier keine Fehler im Setup. Worauf du jetzt wirklich aufpassen musst, dass du eine kleine Mischung aus Rallye und Offroad zusammenstellst. Damit du gut rausbeschleunigen kannst, aber auch nicht zu langsam im Top Speed bist. Deswegen habe ich mich nach langem Hin und Her für das Super Rallye Fahrwerk entschieden. Bremsen sind im Offroad Betrieb sehr wichtig. Dort baute das Beste, was nur geht ein. Ich verbaue hier die Elite Bremse ein. Um ehrlich zu sein, wäre mir eine bessere lieber. Beim Reifen habe ich mich hier für mehr Beschleunigung entschieden. Und habe damit die Elite Rallye Reifen ausgewählt. Beim Antrieb selbst verbaute die stärkste Kupplung, die ihr besitzt. Bei mir wäre es die Elite Plus Kupplung. Und beim Getriebe baut ihr bitte das 7 Gang Getriebe ein. Es macht euch zwar schwächer in der Gesamtwertung, aber dafür macht es euch in der Beschleunigung wieder stärker. Der letzte Part wäre das Diff. Und da baut ihr bitte das Pro Offroad Diff ein. Das finde ich persönlich besser in Kurven. Etwas mehr hecklastiger, was wichtig ist auf Offroad strecken. Und ihr verliert nicht an Beschleunigung, wenn man es mit einem Rallye Diff vergleicht. Noch dazu seid ihr etwas schneller im Topspeed damit unterwegs. Bei den Hilfssystemen könnt ihr wie immer auswählen, was euch am besten passt. Ich selbst fahre Offroad mit Nitro-Auffüllung und Schadensreduktion. Die Offroad-Rennen können doch ein wenig hart sein. Zum Optischen, ihr könnt ihn gerne tiefer legen. Und auch ein Luftfahrwerk verpassen. Das macht ihm nichts aus. Dadurch, dass ihr ihn auf Offroad getrimmt habt, ist er automatisch immer höher als ein normaler Racer. So Leute, da steht er, mein kleiner Focus RS. Jetzt ab auf die Strecke damit und mal ein paar Offroad-Rennen ballern. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die Rennen machen übelst Laune. Vor allem im Multiplayer oder mit Freunden. Ihr lacht euch kaputt. Vertraut mir. So, und das war's auch mit dem ganzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Und wenn ihr keine weiteren Videos oder Streams verpassen möchtet, dann lasst mir ein Abo da. In diesem Sinne euch noch ein schönes und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.